willkommen zurück zur laster und zu dem rätsel was wir ja letztens glaube ich gelöst habe ich denke mal dass dadurch dass wir jetzt hier sind teleporter haben den freigestellt haben dass wir das rätsel gelöst haben eventuell und deswegen können wir jetzt auch weitergehen sie sieht nach richtig aus oder naja zumindest kommen können wir von hier oben theoretisch die schon abschießen war ja unbeleuchtet ja wecken wir trotzdem hin scheinbar stehen müssen cool wir stehen erhöht deswegen haben wir wahrscheinlich eine bessere chance ein bisschen mehr hier anzugreifen hmm hmm nämlich läuft ja trotzdem eventuell naja gut die bewegen sich jetzt noch ein länder also machen wir das oder lassen wir den jetzt durch ich glaube wir machen zu wirken die frage ist jetzt das kriegen wir hin würden alle treffen obwohl der geht durch die band durch das müssen strange aber den wenn wir auch treffen oder auch nicht doch der 13 ok aber wenig der mädchen wohl doch eigentlich schon verkauf also der 15 bekommt der fehlschlag ist ja krass sind wieder so gegner die so wieder richtig schlecht sind ja wir wollen aber mal switchen hat darauf wenig der mensch gemacht das ist ganz gegen hieb scheiße schadenresistenz ist immer richtig gut weil wir das ja auch haben okay daneben dann nicht ja okay das war das war mal ganz gut das war ein kript holy aber da er resistenzen hat bringt selbst ein krit sehr wenig nähe das hat halt immer nicht er ist so falsche tassel ist komisch so den haben wir niedergestreckt das doch schon mal toll jetzt sind noch die dran die wenn da scheinbar stehen bleiben weil die haben nichts gemacht ist jetzt nur geschossen wie wir weil wir können auch mal die nähe gehen ich glaube so viele feile hat er einfach auch nicht mehr entwurf feile könnte als alternative nutzen aber er hat jetzt keine feiler mehr kann die ausrüsten dann müsste er den bogen weg packen das ist doch kacke ist noch ein bisschen nach vorne gehen spurten da können sie mich nicht angreifen doch können sie schon mal fach ja das ist alles ein bisschen doof gerade da machen wir das aber mal scheiße kann ich nicht machen okay mit ihm gehe ich mal hier hin da kann ja hier so schöne feuer zauber machen die nie treffen ich könnte den zauber machen guck mal ob der trifft oder ob die auch so abwärmen wir kennen das sind ein krasser hat ja haben sie gut ich kann mich nirgendwo verstecken vor denen ich treffe mich überall auch durch wände irgendwie ich nochmal er geht immer dichter ran oder mit sporten zu denen hin ich glaube das lohnt sich nicht nein ich habe den geskippt das habe ich auch faktisch so behindert auch ich bin auch ich bin ich bin ja das war jetzt auch nicht so weil so kleine trash mobs immer so sagen kann man noch kann man noch machen die freundin vor noch irgendwie hier oben aber da gut da ist kein blutsack gefallen dann gucken wir uns mal hier ein bisschen um ja feile also ich würde mal sagen er bekommt die mann und dann bekommt er ja auch noch feile weil merkwürdigerweise er die er ist also ich kann scrollen kommt mal hier das schild ist wahrscheinlich wieder so wie jedes andere schild auch haben der zwei auf auf die rk um zwei auf die rk er hat ja auch schild auf die rk ja genau das ist das doofe mit denen mit den stats das ändert sich hat irgendwie nicht ich weiß nicht mal hier allein auf das kauf gehen ist aufgegangen auch hier ist aber schriftrolle der schwäche strahlt ja das ist konnte auch erlernen man müsste ja irgendwie erlernen können es kann nicht sein dass ich hier ja jedoch kann ich nicht auch also dass ich sie so hinzufügen mein zauberbuch schreiben alle zauber bücher die dieser charakter bei sich trägt enthalten den zauber schild so jetzt aber dieser schriftrolle steht nicht in den zauber liste ja deswegen wortchen könnte ich ihn doch auch schreiben oder nicht da muss ich so ein special zauber buch hier was kann ich kann ich nicht auslisten weil ich dachte eigentlich das könnte ich dann so ja das kann ich aber das kann ich schraube schreiben ok da machen wir das mal wähle ein zauberbuch mit mindestens ray of in was entfieblement spell die finischen deren seiten das da ok naja gut und das kann ich wahrscheinlich das kann ich stehen nicht auf der zauber liste so ok das heißt also ich kann das nicht benutzen weil ich auch eine zauberliste steht ok das kann ich auch schreiben ok hier wieder dieses komische weder ein zauberbuch mit mindestens schätter ok ja hier das hat es das ja es ist cool das geht auch noch herrkommens müssen wir zauber jetzt schreiben immerhin ich muss aber glaube ich nix mehr nenne es ist ein toller raum hier fahrrad an brennbahnen gegenstand ja das haben wir jetzt nicht es ist ein toller raum hier wo aber nichts machen können so außer dass wir hier ein paar strahlen bekommen haben ansonsten kommen wir nirgendwo weiter außer hier diese tür hier diese tue hier vielleicht haben wir einen moment vielleicht kann man die tür von hier von der seite öffnen nicht aber vielleicht gibt es ja hier so ein knopf oder hebel oder so da ja ok damit haben wir zumindest schon mal den weg hierhin gemacht jetzt natürlich die frage wenn wir jetzt hier hingehen das öffnen geht das nein ok ja gut dann müssen wir gucken das macht es nicht auf hier aber vielleicht können wir ja ihn irgendwo rauf stellen auf noch einen knopf der vorher irgendwie nicht wirklich was gemacht hat und der öffnet dann was ist hier hinten irgendwie so ich glaube nicht so kann ach so da das macht die test auf ok das würde hier irgendwie ein knopf verursachen aber nein was macht das er hat auch diese tür auf und das macht ja hier diese tür auf ist hier noch irgendwas nee du kannst du nicht durch nee dann glaube ich nicht dass hier diese mechanismen irgendwas machen um die tür da zu öffnen ach so nee aber das geht glaube ich auch nicht von hier aber ok nie moment oh ich sehe gerade ich sehe gerade ich habe glaube ich eine idee ich habe eine idee eventuell springen wir hier rüber und ich kann da sogar hochklettern aber gut ach so machen wir das so warum nicht wir können jetzt wahrscheinlich hier die tür nicht öffnen oh 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 was ist denn das da oh doch wir können das öffnen und please nicht in kampf voran doch der geht ja da 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 der folgt mir nein ja das ist das große problem dass ja dass wir natürlich jetzt in ein hier nicht drin haben ich kann ich ihn trotzdem nicht steuern ja gut folgendes ich kann natürlich feiler habe ich frei wieder hier genug drin 17 obwohl er mir sagt ich habe noch zwei oder heißt das ich darf zweimal also ich darf zweimal angreifen wahrscheinlich da 17 pfeiler aber sagt okay alles klar dass ich mich immer hier ab resistenz ist natürlich schon auch so er ist auch in kampf haben wir mal spurten dann geht das ne surrounded noch mal angreifen gras ich jetzt hier noch ein pfeil aber habe ich nicht noch ja ich habe noch feile hier ja gut okay und nochmal er ist einfach resistent gegen alle naja gut hat funktioniert haben gut gekämpft aber wir können jetzt hier oben nix machen okay alles klar ja aber das ist das richtige weg hier scheinbar oder oder hier oder hier ist noch irgendwie gott hat das noch irgendwie so ein schalter ne aber was hat der schalter gemacht er ist nicht zauber er braucht den zauber sich hier nicht einfach doch ich könnte auch klingen und dann geht das herstellung fünf mal mit erst tiefer schmerz vergifteter bolzen oh cool so können wir jetzt herstellen ja mechanism mechanism was für ein meck in dessen ja die tür hier ne oder ach nee die tür aber die war ja schon offen ja gut ne dann brauchen wir das nicht mental ja ja femf oh Ich werde uns aber immer noch verfehlen. Ja, toll, die Ability, Immune wieder gegen alles, also Resistenz wieder gegen alles zu sein. Union Surrounded, deswegen können die scheinbar nicht eingreifen, das ist ganz gut. Also hier so eingesperrt, das ist gut. Und Leute, ja fuck off. Okay, das haben wir wirklich hinbekommen, das habe ich nicht erwartet. Oh mein Gott. Behindert. Street beleidigt uns. Ist natürlich ein bisschen risky, aber ich mache das einfach mal. Okay, das sind doch wohl die übelsten Trash-Mobs scheinbar. Die werden einfach One-Hit-and-Gun. Das ist klar, da wurde das letzte Level ab. Das hat schon ein bisschen was gebracht, ne? Dass wir zumindest diese Gegner jetzt ein bisschen besser bekämpfen können. Das ist schön. Anfällig. Oh, der ist anfällig. Der ging ja auch mal, auch mal ein so ein Fiemer gesehen, was entfällig ging. Oh. Shit. Shit, aber trotzdem nicht. Nope, ich kann ausweichen. Das dann wiederum nicht. Okay, cool. Äh... Oh, ich hab hier irgendwie so einen Schutz, ne? Geschützt. Cool. Ach so, wahrscheinlich wegen meiner Fähigkeit, ne? Oh, das macht aber echt viel Damage. Nein! Oh, deshalb... Oh, Erik ist tot. Ach so, okay, er ist gestorben. Oh nein, gelähmt. Auch das noch. Ja, und... Vielleicht wieder aus der Lehmung raus, aber gut, ich darf trotzdem erstmal nicht eingreifen. Darf ich noch mich heilen oder so? Oh, ein nicer Heilwurf. Krass. Okay. Oh, das scheint ganz gut gegen die Gegner zu klappen. Ähm, auch wenn wir hier auch... Also, wenn unser Erik da halb tot ist. Ja, toll. Äh, ich weiß nicht, ich habe geheilt. Nee. Okay. Das ist ein naser Crit. Äh, nee, ist aber nicht. Äh, nee, ist aber nicht. Ist er... Ja, ist jetzt tot. Okay, gut. Hm. Hm. Nee. Ah ha! Ah, fuck. Okay, Musik. Ja, Erik ist ja halb tot. Hat er irgendwie was im Inventar, womit er sich heilen kann? Ja. Ein bisschen. Ja, im Grunde genommen müsste ich mal so eine kurze Rast mal machen. Wo kommt das? Was ist das? Oh. Oh. Ein wertvoller Gegenstand, den du in deinem Laden verkaufen kannst. Ja. Cool. Äh, Pfeil bekommt er mal hier so ein paar. Oh, shit. Das hätte ich nicht machen sollen. Ha, ha, ha. Er kann gleich die Pfeil. Oh, fuck. Also, wir spielen ja, ich bin ja auf einer anderen Regel, ein Regelwerk, weil wir ja ansonsten einfach, ja, ich sag mal so cheaten, was das Ganze angeht, ne? Also, äh, nee, ich muss die mal so, also, ja, sowas, ja, sowas mal abgeben. So. Kann ich die Sachen hier schreiben? Nee. Okay. Die hier. Nope. Nope. Und auch nicht. Okay. So, dann wollen wir mal hier kurz eine kurze Raste einlegen. Das mache ich nochmal kurz mehr Folge. Ich weiß ja, wir haben schon hier 33 Minuten. Aber er hier sollte mal würfeln. Ich glaube, das ist okay. Und Akana. So. Dann würde ich sagen, F5, das war doch ganz erfolgreich und dann gucken wir uns hier weiter um. Ähm, da müssen wir hin. also hier durch diese Tür. Das ist die Tür, wo es weitergeht. Das heißt, da dürfen wir erstmal noch nicht lang. Äh, wobei ich auch hier nicht sehe, was, na doch, da der Teleporter. Ja, das sehen wir uns beim nächsten Mal. Würde ich sagen, schauen weiter, gucken, wie das mit dem Meister ist. Ob wir da irgendwie erfolgreich kämpfen können. Also, ich meine, wir haben ja jetzt hier bei den ganzen Trashmops wieder erfolgreich kämpfen können. Aber das kann auch ganz anders aussehen, wenn der Meister wieder so komplette Fähigkeiten hat, wie die der eine, ist sie da? Was ganz doof war, fand ich. Äh, müssen wir mal sehen. Zumindest, ähm, geht's beim nächsten Mal erstmal nochmal weiter. Haut rein. Tschüss.